was der Weg der natürlich wieder hier um oder hier vorne rum so weit ist wirklich unsicher vielleicht soll ich hier umgehen na was bleibt man das übrig st 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 m 4 weir an mich sonst das hin würde wenn es hinzu wenn es was anderes aber wenn ich hier bin so ist es vorbei Ist da jemand drin, das wundert mich. Alter. Oh Gott, bin ich sichtbar. Oh Gott, bin ich. Hier wird definitiv früher oder später eine Reinhörde rauskommen. Gut, ich werde jetzt reingehen. Okay. Oh Gott. 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 ist er nicht der Fahrzeughändler? ja kann es nur wachsen ja Das war's. Das muss ja nicht genau wie es sein. Kommt ja lieber schon. Mal gucken wie viel ein Helikopter kostet. 5.000, ach du heilige Scheiße. 20, ach du heilige Kacke. Flugzeug. Armut. 20, ach du Kacke. Okay, sind halt auch ein bisschen teuer. Wenn man nicht kaufen, dann dann finden. Was kann ja jeder sehen? Oh Gott. Oh Gott, beeil dich. Ach du Scheiße. Das sind Fahrzeuge. Was weiß da vorne? Das. Das ist kein abgestürzter Helikopter. Das ist kaputt. Scheißegal, den hole ich mir. Es ist Zufall, dass dieses Auto neben diesem Turm steht. Ich glaube, nein. Bisschen, wem muss ich davon ausgehen? Komm schon. Komm schon. Fuck. Sag ich ja. Das war ein Scharfschütze. Und jemand, der was uns am Handwerk versteht. Also kein einfacher... Ähm... Ja, Public-Serverspieler. Kein Standard-Public-Serverspieler. Also jemand, der weiß, wer uns neibt. Das hat man daran gesehen, dass er nur einen Schuss gefeuert hat. Gut trinken. Hat er was gebracht? Ah, ja. 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 Das ist in der Ruine da hinten. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher. Ich sehe spätestens beim nächsten Schuss. Oh Gott. Ich habe was zum Zoom. Da. Da. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Vielen Dank.